heim heim leute willkommen bei der nächsten folge von minecraft ich bin gerade bei ihm zu hause ich leg die ich leg dir ein eisenschwert rein hast du noch pfeile könnte ich dir haben und dann noch mal ich weiß nicht wo du wohnst ja ich meine ich bin in deiner wohnung ich habe lieber mal warum hast du das abgebaut ich bekomme ich jetzt zu dir du bist in deinem haus nein bin ich nicht ich bin weg du bist aus dem haus raus ja ich möchte auch dass es so bleibt du hast du was ich bin erst mal ja ich meine ja das ist gold aber auch nützlich kann ich mir ein goldschwert kaufen das ist nichts los das macht auch extrem viel damage aber nach ein paar schlägen ist es kaputt ja also ich finde das nicht so obwohl du hast ja schon ein eisen dann nehme ich mir das weisenschwert das war voll extrem ich würde sagen ja das ist die dritte folge so krass ausgerüstet so vielleicht meine Hunde sind dumm warum? die springen einfach von diesem ich finde auch einfach mal so normales Minecraft das Spiel macht auch Spaß ich nur noch mit Mods weil man kann da aufhören ich geh auf den Berg meinst du mal Minecraft zu spielen macht auch Spaß Hunde zocken ich brauch noch einen Faden vielleicht hab ich schon sechs noch eine Spinne wir können auch gerade nicht so viel reden weil wir uns gerade konzentrieren ne ja noch eine Spinne ich bin auf Spinnenjagd ich bin auf Spinnenjagd weil ich bin ich möchte unbedingt einen Bogen wie ihr euch schon in der letzten Folge herausgefunden habt ich möchte so unglücklich mit dem Bogen das macht das Sinn ja welche schnackt wealthen auch aber schreibt bitte mal in den kommentaren bitte 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 viel zu wenig und gibt noch mal einen Daumen nach oben, dann konnte ich das Assassinen wollen. Let's play. Bei zwei Daumen nach oben, bitte macht einen. Nein, bei fünf. Ich weck dir mit dir, äh, Soll erst mal zu mir kommen. Ja, gleich. Nee, diese Spinde meinte ich. Noch zehn. Noch einen einzigen Faden. Ich brauch nur noch einen Faden. Scheiße, Scheiße. Ja, Mann. Rappst du? Ey, wenn du mehr als, wenn du Dria hast, teilen wir uns die, ne? Ja. Weil wir teilen uns nämlich alles. Ja. Weil das ist ja fies, wenn einer ein Dias schlettert und der andere nicht. Ja, immer. Aber ich würde sagen, die ersten drei Dias sollten für ein Portal drauf liegen, ne? Was? Für eine Dias speziale Cover in die Hölle. Ja. Ja. Weil irgendwann haben wir uns auch beschlossen, dass wir uns mal wiedersehen. Also, ich geh ja jetzt nur auf die Suche. Ja. 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 Was ist denn? Ich kann mir jetzt einen Bogen kaufeln. Ey, ihr wisst nicht, wie Gold wert für mich ein Bogen ist. Ich komm weg. Ach, komm schon. Au. Hackenbogen. Boah, der hat voll wenig Pfeiler. Ich muss mehr. Ich geh jeden, wenn der, sobald der einen Bogen kreift, killt der jeden Fall nicht. Ich hab'n Bogen. Ja. Sobald der einen hat. Also, jetzt hast du einen. Aber, Leute, im Kampf mit dem Bogen möchtet ihr den nicht haben. Das ist die Hölle, du. Ich möcht' jetzt nicht angeben, aber ich hab' einem von Minigames in der Bucht die ganze Map durchgeschossen und hab' ihn in den Kopf getroffen. Aber er, Steffen, muss ich schon sagen, er ist besser im Schwertkampf als ich. Auch besser im Jump'n'One. Ähm, ich, aber ich bin so weit, ich kann nur mit drei Fallen einen töten. Weil jeder denkt, desto näher man mit dem Bogen ist, desto, 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 desto schwerer kann man, also desto leichter, also desto mehr Schaden kriegt man. Ne, desto weiter man weg ist. Und ist auch sicherer für sich selber. Und meine Taktik ist, also auch, die so gut, also auch Bogen skillen können. Und ich krieg' hier ein Baby. Für dich hab' ich auch was. Du kriegst das mal normale Fleisch. Geht brauch' ich nicht. Geht brauch' ich nicht. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Aber gerade die ganzen Motz, äh, die ganzen... Zombies her. Ich hör' die ganze Zeit hier auf Zombies. Ich sag' nur, hier in der Nebenwirkung, äh, alle Fälle in Zombiesburg noch sein. Ich hab' hier auch wieder Platz. Hallo fürs Ahoi. Hallo fürs Ahoi. Okay, ich bin eisenreich, ich kann uns beide Eisenrüstung machen. Guck mal, wie spät es ist. 10. Ist gleich schon wieder. Bauen wir mal was für ein Ahoi. Hä, was? 15, geht nicht. Ich hab' nur noch einen Schlag. Mh. 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 Ich mag's nicht, wenn man aufhören muss. Mh. 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 Weißt du noch, wie lange ich bei dieser Haftnis gerade sitze? Ja, er macht gerade so einen Ruhm und so einen riesigen. Ich hab' auch schon gesagt, hm hm. Mh. 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 keine komplette aber keine komplette oder eine komplette warte ich bin hier gerade fast geschoben ja mann zoll noch ein kosten mitnehmen wir hatten aber auch heute wollen wir noch ein bisschen aufnehmen da würde ich auch mal sagen wir kommen jetzt auch langsam zum ende also nach oben schreibt mir kommt an ob ich das gefallen hat wenn wir sagen bis zum nächsten mal macht gut